Harry, Harry, Hallöchen Leute! Heute haben wir wieder mal das Thema Tassen. Jetzt wart ihr doch alle im Pfingsturlaub. Schaut mal her. Hier könnt ihr eure Tassen machen mit eurem schönsten Urlaubsbild drauf oder hier was für euch Fußballspieler mit einem Henkel, wo ein Fußball mit dabei ist, als Frühstückstasse innen mit verschiedenen bunten Farben, als Krug für die Stadt oder hier noch gesmoked, wo ihr auch noch Bilder drauf machen könnt. Wenn ihr also eine Urlaubsidee habt oder sonst irgendwie ein schönes Andenken habt, die Katze von eurem Nachbarn auf der Tasse haben wollt oder oder oder, dann kommt es zu mir. Ich druck es euch. Kurzfristig, wenn ihr wollt. Ich bin ja immer für euch da. Danke erstmal. Tschüss!